3, 2, 1, let's go Digga, komm schon Baby. Oh mein Gott, oh mein Gott, das ist der beste Skin ever, oh mein Gott. Moin moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen heute wieder pünktlich um 10 Uhr. Mit dem Käsebrüche in der Hand eine Folge Mario Kart. Heute sind wir wieder vollzählig, mit dabei ist der Uwe. Moin moin. Moin Sinn. Mit dabei ist Solution, moin moin. Was geht ab Freunde? Und mit dabei ist Horni mit seinem Betreuer im Hintergrund, der ihn gleich noch wäscht. Moin moin Horni. Spaß muss auch mal ein bisschen sein. Freunde, heute wieder ganz normal gespiegelt, vier Rennen, kuriose Items und Computer leicht. Heute wird denke ich mal wieder ein bisschen entspannter. Wir werden am Ende noch, also wir machen vier Runden, danach machen wir noch ein, zwei Runden Münzenjäger. Habt ihr letztes Mal doch mehr gefeiert, als ich gedacht habe. Und ja, checkt die Folgen der Jungs aus. Reihenfolge haben auch viele nachgefragt. Nächstes Rennen ist Horni. Ne, doch. Uwe. Uwe. Dann Horni. Und dann Solution. Links dazu in der Beschreibung. Let's fucking go. So, Freunde. Let's fucking go. Ich schulde Danny 220 Euro. Danny, 20. Oh ja, nehme ich gerne an. Tsch 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 Tsch. Ja man, let's go, Liga. Ich habe wieder einiges gut zu machen. Die letzte Folge war weder bei mir noch bei Solution. Nice anzusehen. Aber es war auch komisch, der kann nur zu zweit gegen Bots. Ich habe auch viele Kommentare gelesen, so, ja, macht halt die Bots aus, klar. Stimmt schon, aber es ist dann nicht das gleiche Feeling. Aber letztes Mal war ich echt wirklich hart abgefuckt, Digga. Wirklich ganz hart abgefuckt. Das war auch allgemein sehr komisch, deswegen hat wirklich nur darum, wer kassiert die Blauen und sowas war. Ja, ist halt wirklich so, ne? Hab geschlossen sehr gut geschmeckt. Ja, dass dir das gut geschmeckt hat, ist mir durchaus bewusst, oder? Jungs, ach, verdammt, ja, macht nichts, gar keine Zeit dafür. Gibt es dich getroffen? Ja, du hast mich getroffen, Digga. Äh, wurde mir nicht angezeigt, ne? Lächerlich. Alter, oh mein Gott, ihr scheiß Affen mit den Bananen. Oh, die sind nicht wieder weg. Digga, oh nein, was war ich? Oh, Digga, nein, ne? Bin runtergefallen, weil ich so nach dem Mund vor irgendeinem sechs Bananen hatte. Kann man hier mal Toulouse attackieren, eventuell? Ja, die Blauen kommt ja auch, weiß nicht Bescheid. Digga, wie viel Scheiß man hat. Ja, Geschenke sieht leider schlecht aus. Äh, was ist hier los, schon wieder? Uwe! Oh, fast so ein Bodyslam rein. Was ist denn hier los, der erste Roundhouse-Kick, ey? Schmackhaft. Denny, ich bin siebter. Digga, was ist denn da passiert? Denny, ich fang. Oh, Uwe, der Bruder, nein, die Kledermäule, nein, die Kledermäule. Fängt da schon wieder richtig gut an. Na ja, wir, Freunde, wir konzentrieren uns ganz kurz, weil ein bisschen ist ja noch zu fahren. Oh, ich schmeiß meine Bananen da vorne, wie so ein Bastard. Oh, komm schon, Digga. Bist du runtergefallen? Nee, nee, ich hab meine Bananen da vorher. Ich bin in der ersten Runde zweimal runtergefallen, Freunde. Top, das bitte einmal. Danke. Ich bin schon jetzt, ich duf'n. Ja, ja, achten, nur mal ein bisschen Spannung reinbringen, Digga, Benni. Eine für den Blauen. Oh, Gott, bless. Ich hatte ein Stirn und musste den Scheißpilz erst durchdrücken. Mann! So, jetzt hier mal eine Rakete rufen hast. Ich habe auch immer wahrscheinlich eine Rakete. Ich hätte bisher erst einmal eine Rakete. Ja, Digga. Raketen sind einfach so selten. Ja, weiß ich, keine Ahnung, Digga. Wie ein Ablauf von Kassen. Noch seltener, oder? Das ist schon was heißen. Ah, eine Banane als Geist geklaut. Oh, die Dämmöse. Hammermäßig, Digga. So, vielleicht hier nochmal ein paar Rote. Oder ein paar Rote. Ach, Mann, Alter, was soll ich denn da? Aber ich bin eine Dumme. Oder mach ich diesen? Ey, Mann, ein gutes Fall. Oh, die Bombe. Danny ist in greifbarer Nähe noch, aber irgendwie auch weit weg. Alter, Danny. Ich bin aber auch in der ersten Runde absolut abschaumäßig gefahren. Sehen wir es mal als eine Einfahrrunde und ein bisschen mehr Geld. Neues Glück. So, Freunde. Neue Runde, neues Glück. So, jetzt müssen wir aber hier auch gutes Fahren konzentrieren. Gutes? Ach, ja, genau. 40er auf Nass. Oh, ja. Auf deiner Map, Digga. Ehrenhaft. Ehrenhaft, ja. Was geht aus? Falsch. Uwe, der erste hier. Ein vom Blau, der jetzt mal Kai, die Drei. Wahrscheinlich direkt eine für den Blauen, Danny. In welcher Welt, die Drei, die Drei, die Drei, die Drei, die Drei, die Drei. Oh, äh. Ey, gar kein Zürgerwisch. Wir rennen sie in hier. War für das Uwe gar keine Zeit, Digga. Na, Horni? Ich bin immer da so. Du hast den Turbo gezündet? Ja. Beiseite mit dir, Horni. Ja, kein Problem. Was kriegst du? Ich hab gesagt, du kriegst du Müll. Ich hab gehofft, ich kriegst du Ruhe. Uwe. Ja. Guck mal, da gab es. Oh, jetzt schon. Oh mein Gott, Digga, die Grünen waren anders. Ja, ja, geil. Dann wird da richtig aggressiv auf einmal. Ja, ja, alles raus, Digga. Ja, ist so, Digga. Alter. Die haben richtig Auge gemacht, Digga. Ich brauche nicht, ich war auch damit. Was denn? Für den Grünen von hinten, hab ich genau gesehen. Ach, Mann, gefettfingert, Uwe. Geil, grün. Geil, geil, geil. Kein Problem, Uwe. Ich gönne dir auch den zweiten, äh, den ersten, Digga, weil wir haben nicht gewettet. Oh, Manni, ich fick mein Arschloch, Digga. Oh, Manni, was kommt wieder in der Rakete? Und warum ist Danny schneller dann an mir vorbei? Da habt ihr es gerade gesehen, der Blitz ist gezündet und er fällt aber schneller trotzdem an mir vorbei, obwohl wir beide eigentlich gleich schnell... Ach, ich fick mein Arschloch. Jetzt hab ich eine gute Kombination am Start, Auto, Charakter und Reifen mäßig, du weißt Bescheid, Digga. Ja, ja, tolle Kombination, Bruder, bis rein ein Buch drüber. Der Intensikern sagst, wo ist der Brust und den Leuten? Ja, ja, genau. Oh, Danny auch noch eine Trötel, Digga. Ja, Honig. Ja, eigentlich wollte ich ja Montel haben. Für mich trotzdem nicht so wohl, muss ich sagen. Wäre gut, wenn da noch mal was kommt, Digga. Ja, der Baller muss riskieren. Nee, Digga. Die Banane, sagst du? Oh, ja? Das gefällt mir. Oh, ja. Perfekt. Gutes Farm, baby. Sag, tsching. Oh, Bruder. No, ich muss nicht. Ja, Farm schon, baby. Mach den Fiesen. Bruder, ich fick ihn. Nein. Ey, Obe. Was ist los, Digga? Digga, das gute Farm, bitte ich belohnt hier. Bruder, mach nicht diesen jetzt hier. Oh, die verpiss ich. Oh, geil, Digga. Geile Runde. Das ist knapp, ey. So, da sind wir nun auch bei 200 Euro Schulden. Yay. Trotzdem eine geile Runde gewesen, Digga. Knapp sein Vater. Neue Runde, neues Glück, Freunde. Neue Runde, neues Glück, Freunde. Nice Karte spielen wir eigentlich auch recht selten. Danni, nochmal ein 40er Bruder, auf Nass. Kein 50er, das. Na, machen wir 50er, das ist nicht gut. Und auch wenn ich es gut. Kein Geschenk bekommen, finde ich nice. Und dann war ich erst mal, am Anfang, wenn man da auch nicht so, macht auch keinen Sinn, so erst mal zu bleiben. Ja, ich weiß nicht, gar nicht. Da wird man sowieso gefickt. Ja, weil eine blaue kommt mindestens jede Runde. Aber das liegt halt auch, ach, Digga, das war ja wohl komplett, na, dafür zwei Geschenke. Ne, das liegt, das liegt an den Dings, Danny, an den Bots, halt einfach, ne, weil die Bots so weit von uns weg sind, wenn wir jetzt ohne Bots spielen würden oder Bots auch schwierig, wird es halt auch weniger kommen, ne? Schmutz-Bots, ey, was war das denn noch, honey? Hast du die abgeblockt? Äh, Rote, ja. Habt ihr, wusstet ihr, ey, Digga, was mache ich denn hier jetzt schon wieder, Mann? Ey, oh, Mann, oh! Wusstet ihr, wenn man, wenn man, ähm, zwei einzelne Geschenke aufhebt, sag ich jetzt mal, ne, dass die trotzdem nicht als zwei Geschenke zählen? Also du kannst nur zwei Geschenke bekommen, wenn du durch ein Zweiergeschenk fährst. Nimmst du zwei einzelne, kriegst du trotzdem nur eins. Ach so, war es so. Voll Dulli, Digga. Ist mir gerade mal aufgefallen, wusste ich auch, bist du, naja. Die Logik, ne? Nicht ausreizen, Freunde, Wala muss riskieren. Ah, wo bist du unten? Hier, da bin ich. Irgendwann, bist du jetzt richtig scheiße gefahren, Digga. Ja, interessant, pass auf. Nee, oh, ja, gut. Scheiße, weil ich zieh durch hier. Ah, noch eine rote. Komm schon, unfaire Geschenke auf den zweiten, please. Oh, hier ist ein Pilz, Digga, Ehrenbruder. Oh, hier sind auch noch mehr. Digga, geil. Pächste Leben, Alter. Zwei Pächste. All free. Ich könnte mal eine Runde wäre. Ach, Digga, sowas habe ich nichts sagen. Ach, Mann, Uwe, Digga, macht doch nicht diesen, Bruder. Ey, ich trat nicht, ich war, warum sie da. Wo ist die für einen blauen, ne? Ach, Mann, Alter. Zum Kotzen. Gar keine Chance hier, ihr überhaupt irgendwie mal ein bisschen aufzuholen, Mann. Oh, das ist Takt, Mann. Machen wir jetzt nochmal was Unfaires, Bruder. Das sieht schlecht aus. Aber gut, Danny hat Uwe hinter sich. Und Uwe attackiert mal ganz gerne. Oh, Uwe, du Sau. Haha, jee-hoo-hoo. Oh, ja. Er spricht nicht so, was da passiert. Oh, Gott, Digga. Oh, ich geh jetzt mal. Kannst du überholen, Bruder. Gar kein Problem. Okay. Viele Schuze, Digga. Oh, ich weiß ja, was ich gut war, Digga. Ey, Pilz, der Brudi. Nein. Ja. Ja. Oh, nein. Nein. Oh, mein Gott, war das knapp. Moment, Digga, das war. Da musst du eigentlich eine Teilnubel machen, Alter. Holy Schnitt. Tschitsching. Digga, auch wieder. Ich habe eine Rote geschossen und die ist wieder an so einer ver... nougaschnittenen Banane kleben geblieben, Digga. Ansonsten, ach, Mann. Ich hasse mein Leben. Neue Runde, neues Glück. So, Freunde. Neue Runde, neues Glück. Digga, die letzte Runde war wieder zum Vergessen. Da hat Danny nochmal vor viel gekommen, Letzteslo, Digga. Wie ist denn das? So. Ach, Digga. Die letzte Runde war schon wieder zu viel für mein Gemüt. Aber wir sind... Ach, Herr Boy. Digga, ich weiß auch nicht, was... Ich bin direkt runtergefallen. Mir passieren Sachen, die mir sonst einfach nicht passieren. Freunde, ich mache jetzt mal einen auf Solution. An der Stelle mal einen Mitleids-Like dalassen. Für schlechte Fahrt. Für das gute Fahrt in der nächsten Folge. Oh, ich bin beklagt. Auf den Straßen. Oh, Bruder. Komm mal her, hol jemand deinen Hack ab. Doch, doch. Ich denke schon. Ja, ich mache aber... Guck mal, ich mache auf Ehrenmann. Obwohl ich noch eine habe, mache ich die nicht. Ja, die hat es ja gut gebraucht. Weil wir treffen uns ja bald, keinen Bock einen Kick zu kassieren. Man muss immer bedenken, Freunde. Dreh die Kruhe in die Fresse. Ja, habe ich auch nicht gesehen, Digga. Wie so ein Autist. Aber reicht trotzdem, reicht trotzdem für den Zweiten. Ja, aktuell schon, das stimmt. Uwe, attackier doch mal. Ich habe nichts, Digga. Ich sehe ja nichts, was am Arsch hat. Verschwendung. Ich habe eine Fernsehlinie. Ich muss gerade jetzt versuchen. Oh, eine rote. Oh, nichts. Analysieren vom Namen. Ich glaube, ob du auch zehn Jahre bist, du Namen genommen hast. Uwe, mach doch mal bitte jetzt. Ja, warte mal. Schmackhaft. Ach, Mann, der Fick, mein Arsch, Digga. Ich will mich auch noch mal bitte erzählen. Nee, habe ich keine Zeit mehr. Nee, nee, nee. Eine Zeit, ja. Oh, deine Feuerwehr. Oh, eine Rakete. Was? War ein Schwierter, Bruder. Oh, hoffentlich die höchste Rakete der Zeiten. Oh mein Gott, Digga, die war sogar gut. Ach, und drei rote, ich lieb mein Leben, Digga. Danny, guck mal her, hier holt ihr den Hack ab. Hier drüber, mein Name. War das, glaub ich. Hast du gepickt? Hey, warum, warum? Fick die oben lang. Die scheißrote, Alter. Oh, oder? Ja! Schick, neuer Schraubbauten in der Stirn! Kuss geht raus, Alter. Ich habe gerade nicht schnell bekommen. Sofort reingerückt. Sofort, Mann. Oh, feels amazing. Wir werden kommentieren. Nicht mehr. Oh, ich wäre sogar noch erster, Digga. Geil. Bist du reingefahren, Oli? Ja, Mann. Für euch hier auch nicht. Dann rät dich so da. Boah, Alter, haben wir die knapp. Nein! Boah, 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 boah. Freunde, da gibt es nicht viel zu sagen. Ich habe auch keinen Bock mehr auf Münzen, Digga. Ne, da gibt es einfach nicht mehr viel zu sagen. Ist in Ordnung, sei Danny gegönnt, Digga. Aber da machst du nicht so viel. Ich bin jetzt auch nicht salzig, aber ich habe jetzt auch keine Lust mehr, dieses Scheißspiel weiterzuzocken. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, Digga. Wie kann ein schönes Glücksgefühl auf Vierter als Vierter eine Rakete und dann... Na, komm, egal. Freunde, wir sehen uns nächsten Sonntag dann wieder. 44 Punkte, weil 4 steht für Lifestyle. Der darf wieder Lifestyle Easter. Heute war nicht mein bester Tag. Scheiß drauf, Digga. In dem Sinne würde ich einfach sagen, check nicht die Folge von Danny aus. Und rein, wieder schauen und reingehauen. Bis zum nächsten Mal.